Hey Leute, Fu hier vom Team Holzbein. Ich wollte euch nur kurz eine Ankündigung heute bieten, nämlich das Spiel Metro 2033 ist gratis zu bekommen über Facebook und zwar noch bis zum 16. Dezember, das ist der Sonntag. Ich habe gehört, THQ, das Studio von Metro, ist ein bisschen im Bedrängnis mit dem Geld, wie es immer ist. Die versuchen dadurch, der Spieler anzukurbeln, die anderen Spieler anzukurbeln. Ja, finde ich eine gute Sache. Was ihr machen müsst, um das Spiel zu bekommen, ihr seht es hier auf dem Facebook Screen. Ihr müsst den Kanal, den Facebook Channel liken. Der Facebook Channel heißt www.facebook.com.netro-videogames. Dann kommt ihr auf den normalen Screen, den müsst ihr liken. Dann erscheint Thank you for liking our page. Hier klickt ihr dann auf Reveal Code, also den Code aufzudecken. Tja, nun kommt eine kleine Erlaubnisfrage. Damit müsst ihr eure Rechte abtreten an eurer E-Mail-Adresse. Aber ja, ich glaube, das ist es wert, einen CD-Key zu bekommen für ein 10-Euro-Spiel. Und dann habt ihr euren CD-Key. Abschließend wollte ich noch sagen, THQ hat auch auf Humble Bundle ein Projekt gestartet. Da haben sie neun ihrer Games zur Verfügung gestellt. Auch ihr könnt auf dieser Seite entscheiden, wie viel ihr dafür zahlen müsst. Mindestens 1 Dollar, dafür bekommt ihr 6 Games. Ab 5 Dollar und 80 Cent bekommt ihr neun Spiele von THQ. Die Aktion läuft aber leider nur mehr knappe 3,5 Stunden. Ja, vielleicht erwischt ihr noch was. Ich hoffe, euch geholfen zu haben. Bis zum nächsten Mal. Tschau Leute.